SharePoint-Podcast, Ausgabe 393 vom 14.06.2018 SharePoint-Podcast Das auditive Update für den engagierten SharePoint-Anwender Themen, Trends, Tipps, Tricks, Talk Am Mikrofon Michael Gret Zuverlässig wie fast jede Woche. Herzlich willkommen zur 393. Ausgabe des SharePoint-Podcasts Überschrieben mit Neues aus On-Premise-Tan Und damit ist schon das Top-Thema oder eins der Top-Themen dieses heutigen Podcasts vorgegeben Nämlich SharePoint-Server 2019, die neuen Features Ich komme gleich dazu, wir wollen uns heute ein bisschen damit beschäftigen Was gab es auf dem European Corporation Summit Ich habe dort ein schönes Videoprojekt gemacht Und habe euch da ein paar ganz interessante Gespräche mitgebracht Wir gucken auf die WM, die heute beginnt Da gibt es auch was Schönes für SharePoint Gucken natürlich auch auf unsere User-Groups Ich habe eine ganze Reihe von Tipps und Tricks kennengelernt Und die gebe ich an euch weiter Und natürlich reden wir auch darüber, dass die Welt am 25. Mai nicht untergegangen ist Und haben ein Feedback von Niki Borrell zum Thema GDPR DSGVO So, zunächst mal ein kleiner Hinweis in eigener Sache Auf dem European Collaboration Summit in Mainz haben mich eine ganze Reihe von Hörern angesprochen Erstmal nochmal vielen, vielen Dank dafür Ich freue mich natürlich immer dafür Ich erkenne euch natürlich nicht sofort, wenn ich euch nicht aus anderem Kontext kenne Weil es ist ja halt nur ein Audio-Medium und es ist ja nur eine Einbahnstraße Ich rede, ihr hört Und ihr könnt mich irgendwo sehen, weil irgendwo mein Logo oder mal mein Kopf zu sehen ist Umgekehrt kenne ich euch immer nicht Aber ich freue mich natürlich super, wenn ich Feedback bekomme und man sich einfach mal austauschen kann Und ich freue mich auch ganz besonders über diejenigen, die gekommen sind und gesagt haben Sage mal, kannst du mal einen Blick in deine Gadget-Tasche uns geben Wir wollen auch gerne einen Podcast machen Was hast du denn für Tools, was nimmst du für Mikrofon und so weiter und so fort Wie sieht dein Video-Equipment aus Das war richtig toll Also ich habe mir eigentlich sogar fast schon überlegt Ich könnte eine eigene Session auf so einer Veranstaltung anbieten Die sich nur darüber beschäftigt Wie macht man Online-Video Wie baut man Podcast Was für ein Equipment nutzt man Was gibt es für Tipps und Tricks dazu Ja, also vielen Dank für das ganze Feedback Und wenn immer ihr mich auf einer Veranstaltung seht Freue ich mich natürlich immer gerne Wenn ihr mir Hallo sagt Und Feedback gebt Weil es ist immer schön, wenn man Irgendwann auch diejenigen kennenlernt, die einem dazuhören Ja, so Das war jetzt mal eine eigene Sache Also nochmal vielen Dank dafür Wie gesagt, Feedback könnt ihr immer gerne geben Sharepornpodcast.de Da gibt es eine Kommentarfunktion Und Sharepornpodcast.de Da könnt ihr eine E-Mail hinschreiben Und ansonsten natürlich auf Facebook Flipper, Twitter und so weiter Aber zu Facebook kommen wir nochmal etwas später Dann fangen wir mal an mit der langen Liste Die erste Das erste Thema Sharepoint Server 2019 Ich wollte ja eigentlich eine Serie starten Die sich da nannte oder nennen sollte Auf dem Weg nach Sharepoint 2019 Hatte ich mir so schön vorgenommen Guckst du mal, was da so kommt Und dann machst du mal Interviews Und wir schauen mal, was die Features sind Diskutieren mal drüber Und gucken alle mal auf die Amerikanische Sharepoint Konferenz Die ja im dritten Mai-Woche In Las Vegas stattfand Ja und dann kam aber gar nicht so viel Also zumindest für extern nicht rüber Und ja und dann hat sich das eigentlich auch gar nicht gelungen Mit so einer Road to Sharepoint Nichtsdestotrotz Jetzt gibt es was zu erzählen Und zu danken habe ich da dem Alexander Draskowitsch Von Microsoft Irland Er arbeitet nämlich schon seit dem Herbst letzten Jahres Mit den allerersten Alpha-Versionen Vom Sharepoint Server 2019 Und er hat auf dem Collaboration Summit in Mainz Einen Vortrag gehalten zu Sharepoint Server 2019 Nicht nur das, er war auch noch in dem von mir moderierten Panel Zum Thema Sharepoint Server 2019 mit dabei Da hatten wir Spencer Haber, Daniel Wessels, Corinna Linz Und Alexander Draskowitsch auf der Bühne Und ich hatte die Freude das Ganze zu moderieren Das sind eine ganze Reihe von alten Hasen die dabei waren Wir hatten glaube ich über 80 Jahre Sharepoint Erfahrung da auf der Bühne Nun gut, wir haben halt dieses Thema diskutiert Was ist eigentlich jetzt noch mit On-Premise und so weiter und so fort Und haben dann auch die Zuhörer gerne in die Diskussion mit eingebunden Und Fragen stellen lassen Und da kamen viele sehr präzise Fragen Die aber alle noch nicht so beantwortet werden konnten Selbst der Alexander konnte das noch nicht richtig beantworten Weil es einfach noch nicht final beschrieben ist So, lange Rede, kurzer Sinn Er hat eine kleine Demo gemacht Und ich habe die als Video mitgeschnitten Das sind so 5 Minuten Den Beitrag, den ich euch in den Shownotes auf sharepointpodcast.de verlinke Der enthält dieses Video Da gibt es eine kleine Demo Wie dann Sharepoint On-Premise jetzt aussieht Ich sag mal, da ist jetzt auch nicht so viel anderes Da sind Collaboration-Sites, die da kommen Das sieht dann halt mit Modern UI und so weiter Das, was man von Sharepoint Online kennt Ist da auch mit bei Gut, aber Zumindest eins Wasser, aber gemacht hat der Alexander Er führt einen Blog Also kurz Bevor wir jetzt auf den Blog eingehen Nochmal zurück zum Collaboration Summit Der Alexander hat an dem Tag nämlich auch einen Vortrag gehalten Und die Folien für diesen Vortrag Wo dann praktisch drinsteht Was die einzelnen Funktionen von Sharepoint 2019 sind Und so weiter Das hat er nämlich sehr detailliert dargestellt Den könnt ihr euch auch auf diesem Beitrag Den ich verlinkt habe Direkt runterladen von Slideshare Beziehungsweise anschauen Und dann, wie gesagt, führt er einen Blog Unter der Adresse adrit.de A-D-R-I-T.de Hat er dort eine Seite eingerichtet Unter dem Tag Sharepoint 2019 Und dort wird er in Zukunft, wie er gesagt hat Auch alles veröffentlichen Was er dann Neues zu Sharepoint Server 2019 Verbreiten darf, kann und möchte Die wichtigsten Punkte Die werde ich euch jetzt hier mal kurz zusammenfassen Also das erste, das Tab-Programm Wie gesagt, gibt es schon seit November 2016 Die Public Beta wird jetzt im Sommer kommen Also ganz genaues Termin gab es noch nicht Aber sie wird im Sommer kommen Vermutlich so Anfang Juli Und dann die finale Version Im zweiten Kalenderjahr Kalenderhalbjahr 2018 Das ist so die Timeline Die vorgegeben wurde Und genau Und wie man sich schon Denken könnte Baut der Sharepoint Server 2019 Auf Sharepoint 2016 auf Er wird mehr Cloud Funktionen In den On-Premise Funktionen reinbinden Und auch die Anbindung an die Cloud vereinfachen Und das hat man sehr schön mit zwei Sätzen Formuliert Brings you closer to the cloud Und brings the cloud closer to you So, na gut Das war jetzt die Marketing Abteilung Jetzt gucken wir mal rein Da hat es eine Demo gegeben Und es wird also Geben, ich fasse jetzt mal wie gesagt Die kürzesten Sachen zusammen Power Apps und Flow Integration Über den Sharepoint Connector Für Power Apps und Flow Und das entsprechende Data Gateway Wird man dann auf Die Flow und Power Apps Funktionen Zugreifen können Das ist das eine Was gewesen ist Dann wird Das Thema Hybride Installation Hybride Konfiguration Weiter vereinfacht Indem man Den hybriden Configuration Wizard Direkt von der Zentraladministration Launchen kann Was haben wir noch mit drin Es gibt ein paar Infrastrukturverbesserungen Bessere Unterstützung Von Das Zeichensatz In den URLs Also der Hashtag Und Prozentzeichen Dürfen in File Und Folder Nebens verwandt werden Die URLs Dürfen jetzt 400 Zeichen Lang sein Dann Was war noch Auf dem Mülleimer Also mit dem Recycle Bing Der wird Lassen wir uns kurz gucken Recover your content Deleted by others From your Recycle Bing Ach okay Ich kann auch Aus meinem Recycle Bing Daten wieder zurückholen Die von anderen Gelöscht worden sind Das wird mit dabei sein Das Client-Site Webpart Und Client-Site Extensions Aus dem SharePoint Framework Werden verfügbar sein Das heißt Das sind die Nachrichten für die Entwickler Und das war es Schon so Im Überblick Wie gesagt Wenn ihr sich den Artikel Von Alexander Noch genauer durchliest Da steht das alles Noch ein bisschen Detaillierter drin So Lange Rede Kurzer Sinn Es wird also Non-Premise-Version Geben In unserer Panel-Diskussions-Session Waren auch Ich glaube mal Über 100 Leute drin Und die alle Hatten Als ich sie mal Gefragt habe Welche Version Habt ihr Also bis runter 2003 Einer hat sich Auch noch für 2001 gemeldet Ich glaube Das war Der übliche Scherzkeks Der sich der meldet Ohne jetzt Niemand zu nahe Treten zu wollen Aber es haben sie Eben noch viele Gemälde Die 2013 2010 2007 Im Einsatz Haben Und insofern war Dieses Thema On-Premise glaube ich Gar nicht verkehrt Aber und das muss man Sich einfach auch mal Sagen Das ist in der Microsoft-Kommunikation Eigentlich raus Das ist auch Ein Auslaufmodell Weil die ganzen Interessanten Funktionen Letztlich alle On In der Cloud sind Alles funktioniert Eigentlich nur noch Richtig schön Der moderne Arbeitsplatz Nur mit Cloud-Funktionalitäten Und insofern Ist 2016 2019 Server Im Prinzip Eine Plattform Die wirklich noch So das rudimentäre Unterstützt Was man dann Tatsächlich noch On-Premise Halten möchte Weiß ich was Spezielle Dokumenten Bibliotheken Oder bestimmte Geschäftsprozesse Die man auf der SharePoint-Plattform Programmiert hat Und die halt On-Premise laufen Aber ansonsten Wer es bis jetzt Noch nicht gemacht hat Sollte sich spätestens Jetzt in der Cloud umschauen So das war also Das zum Thema SharePoint 2019 SharePoint Server 2019 Ansonsten war die Konferenz Eine ganz tolle Konferenz Die da Addis Und Matthias Und Co Organisiert haben Über 1500 Teilnehmer Hat alles Im Prinzip Gut geklappt WLAN hat am Anfang Ein bisschen geknirscht Aber das haben sie Auch gut hingekriegt Die Sessions Die Sessions waren voll Es gab gutes Feedback Und tolle Gespräche Geführt Und ich konnte auch Eine ganze Reihe von Live-Videos machen Habe 14 Videos gemacht Und da kommen wir ein bisschen Später nochmal dazu Worum es da ging Weil da sind auch ein paar Interessante Themen Mal so durch Was haben wir denn noch dabei SharePoint Community In der Schweiz In der Langen Sessions Langen Workshop Sessions Und Zing War schon ein bisschen komisch Ich glaube das ist meine Erste CeBIT Die ich nicht mitgemacht habe Oder ich glaube Doch zwischendurch Habe ich auch mal Eine ausgelassen Aber so fast Jede CeBIT Hatte ja auch immer Eine Podcast Episode Von der CeBIT Aber diesmal Hm Naja Man kann nicht alles haben Okay So und dann nochmal Der Hinweis auf Die Community Angebote Wo ihr vergünstigt Karten Für Verschiedene Konferenzen Bekommen wird Für die Office 365 Und SharePoint Connect Im November In Amsterdam Und für European SharePoint Konferenz In Da heißt er mittlerweile European SharePoint Office 365 Und Azure Konferenz In Kopenhagen Ende November Diesen Jahres Für die Seminare Vom Uli Boddenberg Und Auch noch Für das Office Camp Falls ihr euch der Kurzfrist hier entscheiden wollt Das findet ihr alle Auf den Angebotsseiten Da kommt übrigens In der nächsten Zeit Noch mehr hinzu Es lohnt sich also Öfter mal nachzuschauen Falls ihr Im Herbst Irgendeine Konferenz Besuchen wollt Schaut immer erstmal danach Vielleicht gibt es ja da Ein Coupon Und Hört natürlich auch den Podcast Denn vielleicht Grins, grins Heff, heff Gibt es hier auch mal Eine Freikarte zu gewinnen Ich kann noch nicht so viel dazu sagen Aber natürlich kümmere ich mich Wieder darum Von den Veranstaltern Freikarten einzukassieren Die wir hier verlosen können So kommen wir zum Thema GDPR Am 25. Mai Ist die Welt nicht untergegangen Man hatte zwar das Gefühl Dass Je näher dieser Termin kam Die Gesamte IT-Branche Und Alle Menschen immer verrückter wurden Weil keiner mehr so richtig wusste Wenn ich jetzt noch Meine Seite Online Blasse Berichtern Morgen Der Abmahn Wahn über mich her Ich habe dazu mit Niki Borell Auf dem Collaboration Summit Gesprochen Wir haben unsere Juni-Ausgabe Unseres GDPR-Updates gemacht Den werde ich heute mal hier Nicht einblenden Sondern den gibt es als Video Und das ist verlinkt In den Shownotes Und da könnt ihr euch das anschauen Wir haben Das Video auf ungefähr Zehn Minuten Zusammengekürzt Und Da könnt ihr Einfach nochmal Einen aktuellen Stand Bekommen zum Thema GDPR Datenschutz Grundverordnung Aus der Sicht Das Experten Niki Borell Der ja bekanntlich Mit dem Rechtsanwalt Michael Rath Das White Paper geschrieben hat In dem Die Funktionen Beziehungsweise Die Einzelnen Anforderungen Der DSGVO Den Funktionen Von Office 365 Gegenüber gestellt sind Dieses White Paper Könnt ihr euch dann auch dort Kostenlos herunterladen Und dann kommen wir mal Zu den Tipps Und der erste Tipp Der Ja bezieht sich auf ein ganz Aktuelles Ereignis Nämlich Die Fußball-Weltmeisterschaft 2018 Russland Die heute beginnt Mit dem Spiel Ich glaube Russland gegen Saudi-Arabien Wenn ich mich recht erinnere Das Finale wird ja sein Italien-Niederlande Das ist mein Tipp Also Wenn ihr setzen wollt Könnt ihr darauf setzen Leute die auch ein bisschen Was vom Fußball verstehen Und die auch von SharePoint Verstehen Nämlich die Jungs bei Nova Carta Oder Jungs und Mädels Bei Nova Carta Haben mal wieder Ein Tippspiel gebaut Das kostenlose Tippspiel Für SharePoint Zur WM 2018 Das könnt ihr euch Kostenlos Wie gesagt Aus dem SharePoint Store Installieren Ist noch nicht zu spät Und dann könnt ihr Über SharePoint Über euer lokales Internet Gerne Ein schönes Tippspiel Unter Kollegen Zur WM Durchführen Also kostenloser Tipp Für dieses Tool Dann Bisschen Und da komme ich gleich Auch nochmal ein bisschen Ausführer zu Wenn wir nochmal zu den Interviews kommen Die ich auf der Auf dem Collaboration Summit Mitgemacht habe Tipps zu Flow Und Power Apps Denn das waren Die Sessions Die auf dem Collaboration Summit Ganz besonders Nachgefragt waren Also gab es Großes Interesse danach Die waren immer gut Gefüllt Und ich habe mal so ein paar Ganz interessante Case Studies Oder How To's Oder Beispiele Gesammelt Die ich in verschiedenen Blogs gefunden habe Da gibt es dann Zum Beispiel Oh wer ist denn Dieser Kollege Der das geschrieben hat Warte mal ganz kurz gucken Steht sein Name Hier drin Nein das ist Nennt sich Darogael Kann ich ja nicht erkennen Jedenfalls ist das hier mal Ein Use Flow To Moderate SharePoint Image Of Picture Libraries Ja und da Kann man sich mal anschauen Wie man Die Eine Praktisch eine Bibliothek In der man Bilder Content Hochlädt Wie man die Moderieren kann Und das mit Hilfe Von Flow Da gibt es ein Video zu Es gibt eine 7. SDP-Datei dazu Und ihr könnt euch Das Ganze mal Als Demo Anschauen So Dann Eine zweite Demo Ist von Simon Denton Die hat er auf Regarding365.com Veröffentlicht Die nennt sich Automatic Document Numbering Using Microsoft Flow Ja Und da Erinnere ich mich Doch dran Das war auch schon Beim SharePoint Designer Oder zu Zeiten 2007 oder so weiter Die Frage Gibt es nicht Eine Möglichkeit Dokumente Automatisch Zu nummerieren Ich glaube Wir hatten da mal Mit SharePoint Designer Workflows Irgendwas Gebastelt Irgendwas mit Designer Workflow Gut Der gute Simon Hat jetzt was mit Teams Mit Flow Mit Flow zusammengebaut Und Gibt dort die Möglichkeit Eben solche Automatische Nummerierung Von Dokumenten Mit einzubauen Interessanter Artikel Vielleicht mal ganz Wer damit also anfängt Und sich mal ein paar Beispiele erzählen will Dafür sind diese Beispiele gedacht So ein weiterer Den habe ich heute gesehen Fand ich ja auch krass Wie wäre es denn mit Einem kleinen Schachspiel Mit Flow Ja Und der Wer hat das geschrieben Jetzt müssen wir mal gucken Von wem kommt Von einem Microsoft MVP Oh wer ist denn Auf Sharepains About the author Da steht es doch Und da fragen wir doch mal ganz kurz Thank you for visiting me Wenn er jetzt noch seinen Namen angegeben hat Kinder Ich bin etwas Peter Wenstra Peter Wenstra Ist der Freundliche Autor So und der hat wie gesagt Ein Flow geschrieben Mit Den man Schach spielen kann Und Das Ganze geht so Es gibt so eine API Von Leitchess Leitchess.org Die quasi Im Grunde genommen So einen Schachspieler simuliert Und Ja Und wenn man Die sozusagen Einen Spielzug schickt Dann schickt die Einen anderen Spielzug zurück Und gut Und das hat er dann Praktisch mal mit Einen Flow Organisiert Man schickt sich ein bisschen E-Mails hin und her Und baut dann Ein kleines Schachspiel damit auf Finde ich krass Es sind jetzt Nicht so unbedingt Die Business Anwendung Aber es zeigt Mit ein bisschen Kreativität Wofür man Dieses ganze Flow Verwenden kann Finde ich super Ja Sind sie diese super Einregung Genau Also das haben wir Die drei Dinge Und Der fünfte Tipp Heute Ist mal etwas Ganz anderes Der hat jetzt auch Gar nicht so direkt Mit Sharepoint Was zu stehen Ich weiß ja nicht Wie ihr sozial vernetzt Und beheimatet seid Facebook steht ja Stark in der Kritik Es gibt ja Diverse Die sich mittlerweile Überlegen Oder auch schon Es durchgeführt haben Ihr Facebook Konto Mal ruhen zu lassen Auch ich muss sagen Facebook ist Man ist zwar drauf Ich habe das jetzt halt Für das Livestreaming Von der Collaboration Vom Collaboration Summit Genutzt Das hat auch gut funktioniert Aber irgendwie ist Facebook Schon so eine kleine Müllkippe In vielen Bereichen Und da einen wirklich Qualitativ guten Und für Einen persönlich Interessanten Newsflow hinzukriegen Das ist Unheimlich schwer Und mit den ganzen Datenproblemen Die jetzt aufgetaucht sind Und den Daten Lacks Da ist natürlich Diese Diskussion Muss ich da bleiben Oder nicht Eine gute Frage Egal LinkedIn LinkedIn Was ja mittlerweile auch Zu Microsoft gehört Und auch immer stärker In diese ganze Microsoft Infrastruktur Integriert wird LinkedIn ist ein Ziemlich interessantes Tool Ich bin jetzt auch schon Seit mehreren Monaten Mit einem Premium Account Auf LinkedIn vertreten Hab da auch schon Weit über 1600 Kontakte mittlerweile Verknüpft Und habe jetzt mal Über LinkedIn Einfach auch mal Ein paar Artikel gepostet Und eine ganze Reihe Von Videos auch mal Hochgeladen Und siehe da Die Reaktion Das Feedback Was man dort bekommt Ist Ich sag mal von allen Also abgesehen Vielleicht noch von Twitter Aber gut Von allen anderen Kanälen Doch extrem Interessant Und extrem gut Und ja Falls ihr auch auf LinkedIn seid Und noch gar nicht mal So richtig Euren Account Eingerichtet habt Und gar nicht wisst Was man alles machen kann Dann Habe ich nämlich Jetzt den Tipp für euch Jetzt kommt er nämlich Und zwar kommt dieser Tipp Von Harald Schirmer Bei Continental Für das Digital Für den digitalen Workplace Verantwortlich ist Und der hat eine schöne Präsentation online gestellt LinkedIn Getting started Was LinkedIn Bei Harald Schirmer Nennt die sich Und da hat er mal so Auf 13 Folien sammengestellt Was man da alles so machen sollte Was es so gibt Und wie das Ganze aussieht Könnt ihr mal durchklicken Ich glaube Wer da auf LinkedIn ist Wird den einen oder anderen Tipp kriegen Wie er sich vielleicht Dort noch etwas besser Präsentieren kann Und wie er auch dort Ein bisschen besser Arbeiten kann So Dann Weiter geht es Zur Abteilung Tricks Ja Tricks Ich habe sie jetzt Unter Tricks eingeordnet Damit ich auch mal Eine SharePoint Podcast Folge wieder machen kann Wo Themen Trends Tipps Tricks Talk Jede einzelne Rubrik Ausgefüllt ist Unter Tricks Steht jetzt die Tracy van der Schiff Tracy ist Kommt aus Südafrika Ist auch MVP Und ich habe sie Auf dem European Coloration Summit Getroffen Und sie hat ja Letztes Jahr schon Ein Online-Projekt Gestartet Ich weiß nicht Ob ihr es verfolgt Hat Das nannte sich Office 365 Day by Day Und sie hat Innerhalb eines Jahres An 365 Tagen 365 Artikel Zu Office 365 Publiziert Und ihre diesjährige Challenge heißt Microsoft 365 Day by Day Und sie ist mittlerweile Bei Ich glaube bei 280 270 angelangt Irgendwie in der Größenordnung Und da steht Jeden Tag Veröffentlicht Ein Artikel Mal mit Video Mal mit Clip Mal mit Text Und so weiter Und ich habe mal Einen Blog Rausgeschnitten Der heißt Was ist eigentlich SharePoint Und da hat sie in 21 Folgen Einfach mal Schritt für Schritt Erklärt Was ist SharePoint Wie sieht das aus Was ist so Site Settings Was ist Wie konfigure ich den Quick Launch Und die Navigationselemente Folder Versus Metadata Wie füge ich Zeilen Columns Spalten hinzu Wie use ich Wie benutze ich Site Columns Wie manage ich Die Metadaten Und so weiter Und so fort Das sind 21 Ganz Interessante Beiträge Und falls ihr Nochmal so eine Übersicht haben wollt Oder mal Schritt für Schritt Einfach da mal Reinschauen Ansonsten lohnt sich Natürlich auch Die ganzen anderen Beiträge mal Zu durchforsten Das ist wie so Ein kleiner Täglicher 5 Minuten Tipp Rund um Microsoft 365 Kann ich also Nur wärmstens Empfehlen Da mal reinzuschauen Und sich gegebenenfalls Mit dem richtigen Material zu versorgen So Und dann Kommen wir Zum Thema Talk Und der Talk Wie gesagt Der ist auf der Collaboration Auf dem Collaboration Summit entstanden Ich habe mir 12 13 13 Gäste Eingeladen Die immer Für einen 10 15 Minütigen Talk Kamen Und mit Den ich über Diverse Themen gesprochen Habe Wir haben das Ganze am Zweiten Tag Live gestreamt Über meine Video Live Streaming Komponente Also mit der Mivo Cam Mit dem externen Mikrofon Über Kabel gestreamt Und bis auf Ein einziges Stream Mivo Cam Dax Habe die Mivo Cam Streaming Funktioniert So ich habe Jetzt diese Videos genommen Und sie Natürlich nochmal Ein bisschen Nachbearbeitet gekürzt und so aufbereitet, dass man sie dann auch nochmal auf YouTube oder eben auch auf LinkedIn veröffentlichen kann. Und ich würde euch einladen, einfach mal einen kurzen Überblick zu geben, was ich von den Videos bisher veröffentlicht habe und worum es da geht. Also einmal habe ich mit Toni Pohl gesprochen, MVP-Kollege aus Österreich von AdWork, arbeitet dort ja zusammen mit Martina Grom und er hat auf dem Collaboration Summit einen Vortrag gehalten über PowerApps, Flow und Azure Functions und er gibt uns in diesem Talk eine Übersicht, was man damit machen kann und ich habe dann auch mal, wenn ihr euch das Video dazu anschaut, also alle Videos sind mittlerweile auch auf der SharePoint Social verlinkt. Ich habe jetzt in die Shownotes die Links zu den Seiten gepackt und da findet ihr noch weitere Links dazu und da könnt ihr euch das, wie gesagt, angucken. Also das war der Toni Pohl. Dann eine Frage, die wir auch auf dem Summit diskutiert wurde, war die Frage Microsoft 365 und das moderne Intranet. Also das sind ja zwei Fragen. Und da habe ich mit André Doms gesprochen, arbeitet mittlerweile bei NovaCaptor, hat schon lange, lange, lange Jahre unsere User Groups in Düsseldorf und Köln organisiert, macht die User Group SharePoint rein Ruhe und er hat mir berichtet, dass er sich jetzt immer mehr mit Microsoft 365 beschäftigt, schildert auch, was das für Herausforderungen stellt an die Kenntnisse, an die Anforderungen, die die Kunden stellen und wir haben uns noch ein bisschen darüber unterhalten, wie eigentlich das moderne Intranet aussieht. Der dritte, der sich zum Talk eingefunden hat, ist Henning Eiben, der bei der Busy Tech arbeitet, die auch in der User Group aktiv tätig sind. Henning war bei Nintex am Stand und dort hatte man eine Workflow-Klinik aufgebaut, also richtig schon mit Stethoskop und so weiter, könnt ihr euch im Video alles angucken. Und ja, er hatte mir ein bisschen was erzählt, wie man das Thema Onboarding mit Workflow-Prozessen unterstützen kann. Er arbeitet da gerade einem konkreten Projekt dran und das könnt ihr euch dort ansehen und anhören. Ja, besonders gefreut hat mich, dass Dan Holm, der ja, ich heiße ja schon, Director of Product Marketing für SharePoint, Yammer und Stream ist. Zeit hat er für ein kleines Gespräch. Dan Holm, übrigens, liebe SharePoint-Podcast-Hörer, wenn ihr schon 2011 dabei wart, dann wisst ihr, dort hatten wir mal ein vierteiliges Special über Governance und SharePoint, was der Dan Holm gemacht hat. Da war er nämlich damals hier in Berlin und hatte einen halbtägigen Workshop gehalten. Warum? So lange ist das schon her. Egal, ja und mit Dan, da habe ich, der auch sehr viel gesagt über SharePoint und über Office 365 die ganzen Themen macht, den habe ich auch ein bisschen mehr gefragt zum Thema, was ist denn eigentlich mit Streamen, wie geht es da weiter, wie funktioniert das Ganze und das könnt ihr euch in diesem Talk anhören, war übrigens ganz interessant, dass er mir zum Abschluss sagte, hm, das war ja das erste Mal, dass mich jemand so richtig nach Streamen befragt hat. Wann toll, ja. Wie gesagt, der Dan Holm war mit dabei. Mit Fabian Moritz, auch hier schon öfter im Podcast Gast gewesen, habe ich mich dann über, nochmal über das Thema modernes Intranet unterhalten und ob das ein Trommelplatz für künstliche Intelligenz, Artificial Intelligence und Automatisierung ist, das haben wir in diesem Talk besprochen und dann auch mittlerweile online mit Markus Kavolek von den Nuboworkers. Er ist ja auch unter die Podcaster gegangen, ich weiß nicht, ob er diesen Podcast schon gehört hat, er nennt sich Nubow Radio, Markus Kavolek macht das zusammen mit seiner Geschäftspartnerin Nadja Schäfer, die beiden sind tatsächlich seit Anfang des Jahres ganz massiv und ganz aktiv beim Podcast und da kommt jede Woche eigentlich eine neue Folge raus. Ich glaube, die haben in diesem Jahr schon 20 oder 22 Folgen produziert und da geht es halt um das Thema Cloudworker und Chaos Manager und natürlich um das Thema, wie kann ich Cloud-Technologien einfügen und wie kann man das ganze App-Chaos in den Griff bekommen. Sie haben auch Interviewgäste dabei und ich habe mich mit Markus einfach ein bisschen mehr unterhalten über das Thema, wie er bei seinen Kunden die digitale Transformation angeht. So und dann auch wieder ein bisschen ein Randthema, aber super interessant, das Thema Sketchnotes. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, Sketchnotes, das ist die Methode, mit der man Vorträge oder Gedanken auf Papier mithilfe von kleinen Zeichnungen, Grafiken, ja ein bisschen Design versucht visuell festzuhalten und die Räuberleiterin, aka Luise Frese, ist jemand, der das gern macht und sie habe ich auch in den Podcast, in das Gespräch mit reingeholt. Sie hatte nämlich die Keynote von Denholm in einem Sketchnote festgehalten, hatte die über Twitter gepostet, das ist sehr viel retweetet worden mit dem Erfolg, dass am Ende des Collaboration Summits gab es eine riesenlange Verlosungsaktion, wo die ganzen Partner haben ihre Drones und Boxen und was sie alles verlost haben, verlost und es gab unter anderem auch einen Preis für den am meisten retweeteten Tweet und das war die Sketchnote von der Keynote von Denholm, die die Luise Frese gemacht hat. Und sie hatte ich im Podcast da drin, im Gespräch mit drin und das könnt ihr euch anschauen. So, es sind noch ein paar weitere Videos in Arbeit, aber ich baue die jetzt immer so Tag für Tag auf. Es gibt eine Playlist auf YouTube, da könnt ihr euch die alle anschauen und ja, ich kann auch und damit kommen wir jetzt fast schon zum Ende von der heutigen Episode. Ich kann auch, wenn ihr möchtet, jetzt eine Sommerepisode machen, in der ich praktisch alle diese Interviews, ich habe ja auch die Audio-Strecken davon da und die meisten Interviews gehen ja da auch im Grunde genommen mit Audio. Ich könnte sie auch in eine oder zwei Sommerepisoden des SharePoint Podcasts reinschneiden, dann hätten wir so zweimal, naja, jedes Interview ist ungefähr acht bis zehn Minuten lang, also sind wir dann so auf zweimal 40 Minuten Videos, äh, Podcast-Episoden. Vielleicht schreibt ihr mir einfach mal ein Feedback auf sharepointpodcast.de oder über Twitter, über die Webseite oder an sharepointpodcast.outlook.com. Das sind ja unsere ganzen E-Mail- und Kontaktmöglichkeiten. Ob ihr das wollt, dann bastle ich noch eine zusammen und wenn sich mehr als zehn Leute melden, dann mache ich das. Ansonsten gucken wir mal, was wir im Sommer machen. Ich habe noch zwei, drei interessante Gesprächspartner für so eine kleine Sommerinterview-Reihe, aber mal gucken, ob das reicht. Aber auf jeden Fall kommt im Forum Juli nochmal eine weitere Ausgabe. und, äh, jo, so, dann empfehle ich euch, wie gesagt, auf sharepointpodcast.de zu gehen, denn da sind alle Links zu den ganzen Dingen, die ich euch heute gesagt habe. Und, ähm, ansonsten wünsche ich euch einen guten Start in die WM und, äh, tschüss, bis zum nächsten Mal, sagt der Michael Grech. Das war der SharePoint Podcast. Das auditive Update für den engagierten SharePoint-Anwender. Feedback und Kommentare bitte auf sharepointpodcast.de Das war der saß, bis zum nächsten Mal. Und wie